Hallo, 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 ich werde am Abend bereit, ich hab ein Butterhauen. Untertitelung des ZDF, 2020 Meine Liebe wird dich ewig tragen, du wirst nie mehr alleine sein. Bis ans Ende dieser dunklen Tage, unberührt wird sie dich befreien. Meine Liebe wird dich ewig tragen, du wirst nie mehr alleine sein. Willkommen zum Gothic-Internat aus der Schweiz. Hier direkt Taiketto und Bonfire und da. Und Montag Heidenfest, komponiert. Willkommen im Gothic-Internat. Folge 15. Olli, was hast denn du dazu? Wenn ihr Bock habt, kommt ihr den Gothic-Internat. Und er ist immer dort hingegangen, wo auch ich hingegangen bin. Psst. Hardcore ist raus. Multichore ist raus. Eingang. MöjER und Schiff-Internat. MöjER und Schiff-Internat. Agen electro. Ich mach euch so, wenn ich versuche, wenn wir versuchen. Komm schon. Komm schon. Prosophisticativ. Komm schon. I'll have a barmort. I'll have you. I'll have you. Genau! Und rückwärts zu laut hier! Und such! Megareil! Die beste Band seit langem! Ja, super! Es endgeil hier! Wie gesagt, ich hab's bei YouTube geschaut und dann gedacht, okay, wir müssen mal früher kommen, um die zu sehen. Wen denn? Die Unzucht! Ja, hey! Supergeil! Hey, es war supergeil! Und ihr seid in Leipzig und ich komm auch nach Leipzig. Wir sind hier im Bratteln, Unzucht, hammergut! Kauft die Platte, kauft einfach alles! Geiler! Wir sind aus Deutschland hier, ja? Extra in die Schweiz gekommen. Kurz gesagt, einfach gut, macht heute so. Kochenkästchen! Geile Süße! Ihr Typen seid hammergele! Es ist wirklich sehr gerockt worden, das ganze ZC bei Sektors. Wirklich sensationell gewesen! Steil in Griechen! Voila! Danke! Ich fand's mega geil! Ja, schönen guten Tag! Ich danke für die Musik! Geiler Auftritt! Hat sich gelohnt! Wieder Zeit wieder! Danke! Aber nur ein bisschen! Ja, ganz wenig! Schrax die Schmisse! Oh! Na seht da, na seht da! Beide Zeit läuft ab! Lecker! Brothic International! Jey! Ähm... Dagell Festival in München! Wird super! Da sehen wir uns jeder! Wir haben selbstgemachte Schubbrothic-Geschenke gekriegt! Das Morgi! Diese Leute hier, die jetzt ganz am Anfang gespielt haben, ey! Hammer! Ich hab euch vorher nicht gekannt! Meine Freundin, die hat ein Lied vor euch gespielt! Ich muss sagen, ja, klingt geil! Aber die Akustik, die jetzt heute Abend war, das Programm, das ich heute abgespielt habe, ich muss einfach sagen, ja! Ey, ihr hättet noch länger spielen können! Es war richtig geil! Und ihr habt euch wirklich einen Freund in der Schweiz gewonnen mit diesem Auftritt, den ihr hier im Z7 gebracht habt! Richtig geil! Danke, danke, danke! Unzucht des Morgi! Mir ist scheißegal, was du mich fragst, Alter! Ich hab Zweifel! Ist ja jetzt der Anfang! Oh, Schätzchen, hast du dir wehgetan? Ja, ja, guck mal, Blute und fleischi-fleisch-fleischbunde. Oh nein, klar. Hier kam aus der Knifte. Ich habe leider die Spongebob-Pflaster nicht dabei heute. Aber das macht nichts, wir machen das morgen, wir machen das morgen, Schatz. Und dann fahren wir in den Heidepark. Guck mal, Blute. Mmh.